Wir kommen jetzt wieder zur Sportakobatik und sehen noch einmal das Mixpaar vom SC Rieser, Daniel Pinzow und Xenia Marnach. Die beiden waren, das hatte ich Ihnen gerade vorenthalten, vor zwei Wochen, erst noch einmal deutscher Mehrkampfmeister und auch deutscher Meister in ihrer Balance- und Tempoübung. Jetzt sehen wir auch eine Showübung von Ihnen. Sie können sich vorstellen, die Akrobaten und auch andere werden öfter mal für Veranstaltungen angefragt, und Sie sich dann eine Shownummer übernehmen, die frei ist von den Wettkampfregeln. Freuen wir uns jetzt auf Daniel im Xenia vom SC Rieser. Und dann sehen wir uns jetzt auf Daniel im Xenia vom SC Rieser. Und dann sehen wir uns jetzt auf Daniel im Xenia vom SC Rieser. Und dann sehen wir uns jetzt auf Daniel im Xenia vom SC Rieser. Und dann sehen wir uns jetzt auf Daniel im Xenia vom SC Rieser. Musik Musik